Die Schönheit eines gepflegten Gartens ist quellsteter Freude. Und wie steht es um ihr Grün? Das Team des Pflanzencenter Rossin in Bexbach macht auch ihren Garten zur blühenden Oase. Ob bei der Anlegung von Schwimmteichen oder der Pflanzung von edlen Gehölzen. Ob beim Wege- oder beim Zaunbau. Bei Rossin sind sie garantiert gut aufgehoben. Die erfahrenen Gartenplaner wissen, worauf es ankommt. In der zertifizierten Gartenbaumschule wächst von der Thuja bis zum Kirschbaum alles, was ihren Garten zum Blühen bringt. Das überaus große Sortiment der Gartenpflanzen wird durch eine Auswahl an wundervollen Topf- und Schnittblumen kompletiert. Auch ansprechende Hochzeits- und Trauerfloristik, Dekoration sowie Geschenkartikel fertigt man im Pflanzencenter Rossin. Machen Sie sich selbst ein Bild davon. Besuchen Sie das Pflanzencenter Rossin persönlich oder informieren Sie sich zuerst im Internet auf www.rossin-pflanzen.de Gerhardttlicher Auf Wiedersehen. ! Untertitelung des ZDF, 2020